32 so leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute mal so ein kleines sonntags special live bisschen waffenspiel leute ja weil er sonntag keine ahnung habe nicht so viel zeit leute morgen schreibe ich schon wieder schulaufgabe und so kommt doch heute kommen oh mein gott geh und den auch so ist ohne gleich weiter das zeige ich nice nice scheiße von hinten ja leute und ist jetzt glaube das letzte video mit facecam und so weil dann schicke ich die gopro club ein oder so weil die fehlt so hart ist ja nicht mehr feierlich oh mein gott was geht hier ab man die letzten videos sind ja so explodiert leute ohne witz die waffe ist so schlecht ohne witz schlechte waffe kenne ich gar nicht schießt so lahm alter und so ohne kann ich gar nicht klar wo sind sie denn ach du scheiße kackmann oh nein alter wenn ich das nicht gewinnen leute dann weiß ich mal über den arsch ohne witz live was so so war was da ist er ja ich wusste da ist einer weiter ohne scheiß mal kaum was die faschen man und warum saugt meine mutter jetzt alter ohne witz weh das hört mal im video ey dann garst du dir aus bitte was alter was alter was ist das denn boah nice die boxe die boxe die boxe oh scheiß von hinten eigentlich aufpasst leute den nein so ein glückspilz alter komm schon weh wem schlag jetzt voll in fresse der ist gut der ist sehr gut von hinten alter alter scheiße man sorge leute jetzt muss ich ja auch noch niesen alter im video ich glaube wir hängen ich glaube wir hängen ja leute also ich hoffe euch hat das kleine video gefallen hier ja waffenspiel kürzes video und ja lasst den daumen nach oben da wenn es euch gefallen hat und dann sehen wir uns im nächsten video wieder Leute haut's rein und ciao da